Ja, herzlich willkommen meine lieben Freunde, es ist Newstime, wir sprechen über das Steam Deck, über Handhelds, über Gaming und ich sage euch einfach all das, was in der letzten Woche eben bezüglich dieser Themen relevant und interessant war und ich kann euch sagen, das war eine Woche, in der der Handheld-Markt komplett in Bewegung war. Bevor wir allerdings darauf kommen, ganz kurz wie immer zu den Steam Deck Updates, denn wenn wir reinschauen, sehen wir, dass es zwei Updates in der letzten Woche gab. Es gab einmal einen neuen Beta-Klienten, bei dem wir zwei Sachen haben, über die ich gerne sprechen möchte. Einmal wurde weiter die Steam-Familie verbessert, denn jetzt können Eltern auch einzelne Spiele für Kinder-Accounts sperren. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, bei denen ihr sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind genau dieses Spiel spielt, deaktiviert das einfach in eurer Elternansicht und dann können eure Kinder nicht mehr darauf zugreifen. Außerdem haben wir hier noch als neues Feature drin, dass ihr bei dem Game-Recording nun für einzelne Spiele das Game-Recording generell abschalten könnt. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, irgendjemand nutzt mein Steam Deck und ich möchte, dass genau dieses eine Spiel nicht aufgezeichnet wird, schaltet das einfach ab und dann ist das auch gut. Die restlichen Sachen in diesem Update sind Bugfixes, beziehungsweise gab es auch Verbesserungen beim Steam-Input, aber sonst ist hier nichts anderes bei, über das wir jetzt sprechen müssen. Wenn wir uns das letzte Update anschauen, dann ist das SteamOS Beta 3.6.10. Die Woche davor gab es ja 3.6.9 mit einer wirklich massiven Ankündigung, bei der erst gar nicht so wirklich klar war, was das für den Handheld-Markt bedeutet. Sprechen wir gleich noch drüber. Wenn wir aber in die 3.6.10 reinschauen, dann sehen wir, dass wir hier Bugfixes dabei haben und der wichtigste Bugfix für mich ist, dass wenn ihr einen Controller benutzt habt, teilweise hier und da mal ein Spiel abstürzen konntet, das wurde gefixt, sodass der Fehler nicht mehr auftreten sollte. Schaut euch gerne die Release Notes dieser beiden Updates im Detail an. Ich verlinke sie euch selbstverständlich in der Videobeschreibung und ich sage genau das gleiche wie letzte Woche. Der Trend setzt sich fort. Valve arbeitet weiterhin an Beta-Klienten bzw. an Beta-OS-Versionen und wir sehen schon seit längerer Zeit nichts mehr in Stable, sodass ich weiterhin sage, dass wenn ein Update für Stable kommt, das wahrscheinlich ein größeres Update sein wird. Jetzt gehen wir aber darauf ein, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass der Handheld-Markt völlig in Bewegung ist und damit ist nicht die Hardware gemeint, sondern damit ist die Software gemeint. Und all das geht tatsächlich von Valve aus, denn in der 369, habe ich euch ja letzte Woche gesagt, gab es eben das Update, dass jetzt auch zusätzliche Tasten des ROG Allies supported werden und es ist tatsächlich so gekommen, dass Valve offiziell bestätigt hat, dass Steam-OS für andere Handhelds kommen wird. Ist eine absolut dicke Meldung, da gibt es wirklich verschiedenste Meinungen von euch dazu. Manche sagen, das ist gut, manche sagen, das ist eher nicht so gut. Lest euch gerne in meinem ursprünglichen Video, welches ich eben genau zu diesem Thema gemacht habe, die Kommentare durch und da könnt ihr wirklich sehen, dass die Meinung der User absolut gespalten zu diesem Thema ist. Aber das ist noch nicht alles, denn kurz danach gab es die Meldung, dass Valve nun alle Treiber für das Steam Deck OLED herausgebracht hat, sodass ihr eben Windows drauf installieren könnt. Eben noch mit der kleinen Einschränkung, dass ihr auf der 3.6.9 Beta mindestens unterwegs sein müsst, dass das Mikrofon per Bluetooth nicht funktioniert und dass es noch kein Installationsprogramm für Dualboot gibt und ihr das eben manuell machen müsst. Aber ansonsten könnt ihr euch jetzt tatsächlich Windows auf das OLED spielen. Ich werde das definitiv als Dualboot machen, eben damit ich die Anti-Cheat-Spiele spielen kann und auch die ganzen Gamepass-Spiele nativ installieren kann. Auch dazu habe ich ein extra Video gemacht, schaut euch das gerne an und schreibt mir auch gerne eure Meinung hier in die Kommentare, was ihr eben genau davon haltet, dass Valve so stark den Handheld-Markt aktuell aufmischt. Aber nicht nur Valve ist hier mit dabei, sondern auch von Microsoft kommt so langsam ein wenig Bewegung mit rein, denn die Xbox Gamebar erhält jetzt ein Compact-Mode für Windows Handhelds. Das heißt, dass mit diesem Update eben die Xbox Gamebar nun sehr viel aufgeräumter und organisierter auf Handhelds dargestellt wird und das Ganze auch sehr viel mehr in Richtung, ja sagen wir mal Konsole geht, so wie wir es beispielsweise von der Xbox oder eben auch von SteamOS kennen. Das könnte natürlich ein erster Schritt von Microsoft in die Richtung sein, dass gesagt wird, okay, so langsam bereiten wir uns auf einen Handheld-Mode eben für Windows vor. Ihr wisst ja, dass das Ganze als Gerücht im Raum steht, dass Microsoft sogar eventuell einen eigenen Handheld bringt und spätestens dann müsste meiner Meinung nach auch eine angepasste Version von Windows eben für Handhelds rauskommen. Eine Art Handheld-Mode oder was auch immer, aber dass das Ganze dann auch dort mehr in Richtung Konsolen-Erfahrung geht. Also ihr seht, es ist in der letzten Woche wirklich richtig viel eben genau im Handheld-Markt-Software-seitig passiert und ich hoffe natürlich, dass diese Entwicklung genau in dem Tempo weitergeht, denn dann kommen wirklich sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zu. Und wenn wir wieder zurück Richtung Steam gehen, dann werdet ihr dort sehen, dass manche Seiten für bestimmte Spiele anders aufgebaut sind, denn es werden jetzt neue Steam-Linien für eben diese Shop-Seiten in Kraft treten. Und die wichtigsten Punkte sind hier tatsächlich, dass beispielsweise mehr keine Links zu anderen Websites in eben genau den Spielebeschreibungen sein dürfen. Es dürfen keine eingebetteten Bilder mehr gezeigt werden, die eben dann die Steam-UI kopieren. Eventuell kennt ihr das, dass ihr eine animierte Datei habt, dann seht ihr, dass der Cursor in Richtung Wishlist geht, dort draufklickt. Das wird in Zukunft nicht mehr erlaubt sein. Und vor allen Dingen wird es nicht mehr erlaubt sein, dass Bilder oder generell Websites oder Links eben zu anderen Spielen gepostet werden, denn oft hat man es ja gesehen, dass eben genau in einer Spielebeschreibung eben genau andere Spiele des Publishers oder des Herstellers verlinkt wurden. Das wird auch nicht mehr möglich sein und das bedeutet, dass wenn auf einer Shop-Seite ein anderes Spiel in dem Sinne beworben werden soll, dann wird das in Zukunft weiterhin möglich sein, indem beispielsweise Bundles angeboten werden. Aber dass in der reinen Spielbeschreibung auf ein anderes Spiel verlinkt wird, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Und ich hatte euch ja vor kurzem gesagt, dass jetzt auch eigene Seiten für Demos eben auf Steam angelegt werden können und eventuell habt ihr es gesehen, besonders unter Neu- und Angesagt war es dann ganz oft so, dass sich eben diese kostenlosen Spiele mit den kostenpflichtigen Spielen vermischt haben, beziehungsweise die Demos mit den kostenpflichtigen Spielen. Auch hier gibt es jetzt eine Änderung, denn es wurde ein neuer Tab hinzugefügt und der heißt angesagt und kostenlos, um einfach dieses Ganze auseinanderzuhalten. Denn das Problem ist natürlich, dass eben genau viele Bezahl-Apps darunter gelitten haben, weil selbstverständlich natürlich da eben kostenlose Demos und Prologe natürlich sehr oft heruntergeladen werden und daher auch sehr viel mehr rezensiert werden können. Dass dann eben ganz genau diese kostenpflichtigen Spiele aus Neu- und Angesagt rausgefallen sind, beziehungsweise nicht angezeigt wurden. Das wurde geändert, das heißt, wenn ihr die Demos nicht mehr seht unter Neu- und Angesagt, dann schaut unter Angesagt und kostenlos nach. Aber das ist noch nicht alles, denn auch die Rezensionen sollen überarbeitet werden, beziehungsweise soll die Sortierung der Rezension anders angezeigt werden. Eventuell kennt ihr es, dass hier und da mal steht, okay, ich kann nichts zu dem Spiel sagen, aber hier ist ein schönes Rezept. Oder ihr habt irgendwie nur einen Einzeiler, zwei Worte, was auch immer, spielt gar keine Rolle, aber eben diese Rezensionen, die zwar eine Bewertung haben, aber bei denen der Text eigentlich gar nichts aussagt. Und aufgrund neuer Filtermechaniken und auch eines manuellen Mod-Teams, welches von Valve eingesetzt wird, soll das Ganze in Zukunft umsortiert werden, sodass die wirklich relevanten Rezensionen, die auch wirklich Aussagekraft haben, weiter oben angezeigt werden und eben diese ganzen nicht relevanten Rezensionen eben dann nach unten rutschen. Dauert aber auf jeden Fall, bis das alles umgesetzt wird, denn es gibt natürlich unfassbar viele Rezensionen auf Steam und bis das einmal alles automatisiert durchgecheckt wurde und dann auch noch hier und da von dem Mod-Team, das dauert natürlich. Von daher werdet ihr in Zukunft hier und da immer mehr sehen, dass eben genau eher die hilfreichen Rezensionen weiter oben angezeigt werden. Kommen wir einmal ganz kurz zu anderen Launchern auf dem Steam Deck. Es gibt ja den Heroic Launcher, mit dem ihr dann beispielsweise Epic und auch andere Launcher hinzufügen könnt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, EA-Spiele direkt in Epic zu starten. Also das heißt, dass sozusagen der EA Launcher in Epic integriert ist. Das wird jetzt auch ganz frisch von dem Heroic Launcher unterstützt. Das heißt, wenn ihr Spiele habt, eben in Epic, die aber auf den EA Launcher zugreifen, ladet euch gern Heroic Launcher runter bzw. nutzt ihn. Denn da habt ihr jetzt auch Unterstützung für eben ganz genau diese Spiele. Es gibt ja aber auch den Non-Steam Launcher. Das ist ja in dem Sinne genau das Gleiche. Damit könnt ihr auch Drittlauncher installieren. Die Einträge in Steam werden automatisch hinzugefügt, sodass ihr alles auch aus dem Game-Mode starten könnt. Und hier gibt es jetzt offiziellen Decky-Support. Das heißt, wenn ihr den Decky-Loader auf eurem Steam Deck drauf habt, könnt ihr jetzt ganz einfach im Decky-Store eben nach dem Non-Steam Launcher suchen und könnt dann alles super easy installieren. Also das heißt, ihr müsst hier nicht mehr in den Desktop-Mode gehen, müsst ihr den Non-Steam Launcher manuell installieren, sondern jetzt funktioniert alles ganz easy über ein Decky-Plugin. Wir bleiben immer noch bei Valve und auch bei Steam. Denn Valve plant jetzt Hand-Tracking für Steam VR, sodass ihr auch beispielsweise Overlays einfach mit eurem Finger bedienen könnt. Und das Ganze ist natürlich gerade im Kontext gesehen zu den News der letzten Woche sehr interessant. Ihr wisst, dort habe ich euch über sehr viele Patente berichtet, die jetzt in sehr kurzer Zeit zugelassen wurden, aber zu verschiedensten Zeiten eingereicht wurden. Und alle in die Richtung gehen, dass wir hier ein neues Headset von Valve bekommen werden. Und auch hier haben wir ein weiteres Puzzleteil, welches sich jetzt eben ganz genau damit einfügt. Also ja, wer jetzt noch daran zweifelt, dass es ein neues VR-Headset von Valve gibt, wie viele Indizien braucht ihr noch dafür? Und jetzt gehen wir aber mal weg von Valve und zwar in Richtung andere Handhelds bzw. Mini-PCs. Und die Firma Aostar hat jetzt im Discord verkündet, dass sie mit Strixpoint-Geräten nicht vor Oktober rechnen. Da die Motherboards auf deren Seite schon fertig sind, sie aber bisher noch keinerlei Testmuster bekommen haben, um eben genau Strixpoint auszutesten. Und sie daher davon ausgehen, dass eben vor Oktober in dieser Richtung nichts passieren wird. Aostar ist jetzt natürlich nicht die größte Firma, das heißt wir wissen nicht, wie es beispielsweise bei anderen Firmen aussieht. Aber hier haben wir noch eine weitere Meldung, die ebenfalls in Richtung Oktober geht. Denn wir wissen ja, es gibt bereits ein Laptop eben mit Strixpoint, aber die Firma GPD, die ja für verschiedenste Handhelds bekannt ist, hat jetzt bekannt gegeben, dass ein neues Gerät eben im Oktober mit Strixpoint rauskommen wird. Und zwar das Gerät heißt GPD Pocket 4 und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sieht es natürlich sehr interessant aus. Das ist ein Convertible, aber was hier ganz wichtig ist und deswegen sage ich ganz klar, das ist kein Handheld. Wir haben hier keinen Controller mit dabei. Es gibt ja beispielsweise den GPD Win Max, der sehr ähnlich aussieht, aber dort haben wir ganz normale Controller-Einheiten mit dabei, sodass wir eben alle Spiele einfach direkt mit dem Gerät spielen können. Aber wie gesagt, bei dem GPD Pocket 4 haben wir keinerlei Controller mit dabei und von daher zähle ich das Gerät, auch wenn es klein ist, einfach als Laptop bzw. Notebook. Aber das ist für mich kein Handheld, sodass wir weiterhin auf die erste Ankündigung eines Handhelds mit Strixpoint warten müssen. Und ich beteilige mich ja in der Regel eher nicht an Switch 2 Gerüchten, aber hier ist jetzt ein Patent aufgetaucht, welches eine Cartridge für die Switch 2 zeigen soll. Und auf dem ersten Blick sehen wir hier, dass die Cartridge sehr, sehr ähnlich eben zur Cartridge der Switch 1 ist. Aber wenn man beidere Cartridges miteinander vergleicht, dann gibt es hier und da tatsächlich Unterschiede, sodass sichergestellt sein sollte, dass Switch 2 Cartridges eben nicht in der Switch 1 funktionieren. Ob das Ganze andersrum funktioniert, eben weil die Switch 2 so designt sein wird, sodass sie auch für eine Cartridge eine Abwärtskompatibilität bilden wird, das werden wir dann sehen. Das ist noch nicht klar. Aber wer bisher damit gerechnet hat, dass die Switch 2 Digital Only sein wird und wir eben keine physischen Spiele mehr kaufen können, dieses Patent scheint eindeutig darauf hinzuweisen, dass Nintendo auch weiterhin in Zukunft eben auf physische Spiele setzen wird. Ja, ein Patent, wenn es denn wirklich echt ist, heißt natürlich nicht, dass das Ganze dann auch so in der finalen Hardware umgesetzt wird. Aber es deutet, wie gesagt, aktuell alles darauf hin, dass wir auch in Zukunft, wie bei der Switch 1, eben physische Spiele und dazu dann digitale Spiele haben werden. Jetzt gehen wir aber in Richtung PC-Spiele und ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, dass God of War Ragnarok bald für den PC rauskommt und am 4. Oktober kommt das Until Dawn Remake für den PC raus. Und auch hier haben wir wieder den Hinweis, dass wir einen PSN-Account brauchen. Das heißt, es scheint tatsächlich so auszusehen, als ob Sony die Schiene fährt, dass sie sagen, okay, ohne PSN-Account werden wir keine Spiele mehr veröffentlichen. Also, wenn ihr keinen PSN-Account habt, könnt ihr dieses Spiel anscheinend nicht spielen, denn wie gesagt, laut Steam ist es definitiv notwendig, eben, dass ihr einen Steam-Account habt. Ob das auch bedeutet, dass jetzt auch wieder hier das PlayStation-Overlay dabei ist, welches ja eben nicht auf Linux läuft, das ist halt eine andere Frage. Das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, denn sollte das so sein, dann wird das Spiel nicht auf dem Steam Deck laufen, eben, weil dieses Overlayer nicht Linux unterstützt. Aber ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auch Windows auf dem Steam Deck zu installieren. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte gerne die Sony-Spiele auf meinem Steam Deck spielen, das funktioniert aber nicht nativ unter Linux, dann denkt eventuell mal über ein Dual-Boot-System nach, eben, dass ihr Linux und parallel auch Windows auf eurem Steam Deck installiert, sodass ihr dann eben für diese Spiele, die nicht unter Linux laufen, eben Windows nutzt. Ist natürlich die Frage, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich weiß, dass viele Leute von euch Sony nicht mögen und von daher schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob das für euch eine Option wäre oder ob ihr sagt, ne, wisst ihr was, Sony, wenn ihr Linux so dermaßen ausschließt, habe ich keine Lust, euch zu supporten. Da bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Und es sind Zahlen zu Alan Wake 2 aufgetaucht. Das Spiel hat ja wirklich sehr gute Rezensionen bekommen. Viele von euch sagen mir auch immer, hey Stefan, du musst das Spiel unbedingt spielen. Ihr wisst ja, ich habe das damals auf meinem Steam Deck gezeigt, aber ich glaube, wenn ich es wirklich durchspielen würde, würde ich eher in Richtung PS5 gehen, eben, weil das Spiel auch wirklich eine tolle Grafik hat. Und jetzt sind, wie gesagt, Zahlen dazu rausgekommen, die zeigen, dass Alan Wake 2 nicht profitabel ist. Das Spiel ist ja Epic-exklusiv. Das ist nicht auf Steam verfügbar und Alan Wake 2 ist, wie gesagt, wirtschaftlich kein Erfolg, sondern ein Misserfolg. Ob sich das Ganze ändern wird und das Spiel noch auf Steam rauskommen wird, das bezweifle ich, ehrlich gesagt, eben da Epic hier als Publisher mit an Bord ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass sie ein Spiel auf Steam rausbringen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn sie es jetzt auf Steam veröffentlichen würden, das Spiel dann definitiv profitabel werden würde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wen ihr Alan Wake 2 gespielt habt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich vorher Alan Wake 1 spielen muss, denn das habe ich tatsächlich nie gespielt oder ob es beispielsweise ausreicht, wenn ich mir einfach ein Story-Recap dazu auf YouTube anschaue. Zwei Sachen haben wir noch. Red Dead Redemption Teil 1 ist jetzt wohl anscheinend wirklich für den PC unterwegs, denn im PlayStation Store gab es jetzt den Hinweis, dass das Spiel auch erstmalig für den PC verfügbar sein wird. Das Ganze wurde selbstverständlich wieder gelöscht bzw. der Eintrag wurde rausgenommen, aber zum Glück gibt es eben Screenshots von genau dieser Store-Page, auf der es dann noch drauf stand. Welche Anforderungen das Spiel haben wird und wann es dann kommt, das wissen wir aktuell noch nicht. Ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gespielt, Teil 2 nur ein paar Stunden, aber das war mir einfach von der Geschwindigkeit ein bisschen zu träge, denn meine Spielsessions sind in der Regel immer relativ kurz und wenn ich erstmal eine halbe Stunde mit der Kutsche in die Stadt fahren muss, dann ist meine Spielsession schon vorbei und von daher war dieses Tempo bei Red Dead Redemption 2 leider nichts für mich, obwohl das Spiel absolut fantastisch ist und viele von euch sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Ich werde mir aber definitiv dann Red Dead Redemption 1 anschauen und hoffe dann natürlich, dass das Spieltempo dort ein bisschen schneller sein wird, sodass das eher für mich als Spielertyp passend ist, das Spiel. Und heute beenden wir die News mit Deadlock. Ihr wisst ja, das ist der unangekündigte Shooter von Valve, der aber zu 99,99999% feststeht und viele Leute berichten bereits darüber, dass es eine Private Beta eben genau zu diesem Spiel gibt und wenn wir auf SteamDB sehen, dann sehen wir auch, dass wirklich viele Spieler zur gleichen Zeit online sind und eben genau dieses Spiel spielen. The Verge hat darüber berichtet und nachdem sie berichtet haben, wurde der Beta-Zugang eben genau für den Mitarbeiter wieder zurückgenommen. Aber jetzt gibt es sogar einen Screenshot, wie die Startkachel auf dem Steam Deck aussieht. Also, dass Deadlock kommt, ist absolut sicher. Die Frage ist tatsächlich nur, wann es kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Für mich ist das Spiel, was ich bisher davon gehört habe, eher nicht passend. Das heißt, ich denke nicht, dass ich dieses Spiel länger spielen werde. Wenn es nichts kostet, werde ich es mir aber natürlich trotzdem runterladen und auf dem Steam Deck anschauen. Aber wenn ihr sagt, okay, ich habe auf jeden Fall Lust auf einen Teamshooter, dann könnte Deadlock absolut was für euch sein. Und damit sind wir auch durch, meine lieben Freunde. Ihr wisst es, ich sage es jedes Mal aufs Neue. Ich sage es auch heute, wenn ich irgendwas verpasst habe oder wenn ihr sagt, hey Stefan, warum hast du nicht darüber berichtet? Das ist doch super wichtig. Schreibt das gerne in die Kommentare, schreibt mir eine Mail oder sonst was. Dann sammle ich das und pinne das hier an oder nehme das mit in meine News für nächste Woche. Für heute bin ich aber auf jeden Fall raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.